Boah, die ganzen Überweisungen, die fressen so viel Zeit, immer die ganze IBAN einzutippen, das dauert einfach zu lange. Was machst denn du da? Hast du nichts zum Fotoüberweisung gehört? Einfach Kamera drüber halten, Foto machen oder QR-Code einscannen und schon sind die Daten automatisch übernommen. Ah krass, das spart mir so viel Zeit. Hast du vielleicht noch weitere Tipps für mich? Klaro, beispielsweise kannst du einfach ChiroPay nehmen und deinen Kontakten Geld schicken oder du lässt dich über den Konto weg informieren, wenn du Geld bekommst. Boah, verrückt, was die App so alles kann. Da muss ich selbst mal reinschauen.